Nestbau-Trieb Teil 4. Heute werden wir meine Backutensilien aufräumen. Darauf freue ich mich schon. Aber wenn ich das alles sehe, dann habe ich wieder so Lust zu backen. Also demnächst werden wir mal wieder etwas zaubern. Aska hat natürlich geschaut, ob ich das Ganze auch ordentlich mache. Dann habe ich alles ausgeräumt, auch sauber gemacht und in die Schublade eingeräumt. Jetzt habe ich so eine Backschublade, finde ich auch super praktisch. Und dann habe ich auch die restlichen Utensilien aufgeräumt. Und ich habe alles in solche Körbe gemacht, damit alles so ein bisschen zusammen ist und nicht alles irgendwie zerstreut überall rumliegt. Und dann habe ich hier auch noch meine Backformen reingepackt. Und dann seht ihr gleich einmal das fertige Ergebnis. Ich freue mich. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob wir als nächstes meine Klamotten aussortieren sollen.